Also dieses Seminar zeigt mir ganz klar auf, welche Aufgaben ich in den nächsten Tagen und Wochen in meinem Unternehmen habe. Wer fragt, der führt. Wer die richtigen Fragen stellt, das ist das, was Kompetenz ausstrahlt. Wo sind wirklich die Schwierigkeiten, die Touchboards aufzubauen, das Direktmarketing besser zu machen, was greift ineinander? Das ist eigentlich das Entscheidende. Also ich fand das im Seminar dieses Mal auch wieder richtig, richtig gut und ich muss sagen, es gibt mir immer einen mega Impact und man brennt richtig darauf, wieder an den Schreibtisch zu gehen und Vertrieb zu machen. Ich fand das sehr spritzig, das Seminar. Heinz ist auf jeden Fall eine mega geile Energiebombe. Auch Leon und das gesamte Team hat das wirklich gerne gemacht und der Kopf platzt mit so vielen neuen Erkenntnissen. Ich freue mich auf jeden Fall, das alles am Montag gleich morgen anzaubert. Und hinter Erfolg steckt und ich meine hinter nachartem Erfolg, bleibendem Erfolg, damit man keine Klimmzüge am Brotkasten machen muss, man jederzeit die geile Scheiße machen kann, die man machen will. Ja und nicht drüber nachdenken muss, kann ich die jetzt machen, darf ich die jetzt machen oder sonst irgendwas. Wenn ich die machen will, dann packe ich zu, dann mache ich das.